So, Servus, da sind wir heute wieder mal. Heute drehen wir einfach wieder mal einen Vlog, es ist mitten in den Ferien und ja, ich hab mir gedacht, was tue ich heute, hab mir gedacht, und darum hab mir gedacht, drehen wir heute wieder mal einen neuesten Vlog, vielleicht raus und noch schüch, da hinten sich, oh, schüt, mal zur Wäsch, da hab ich vorher schon auf dem Kölner, was gut, war ich schon herfuhr, dann, heute bin ich ja extra bald aufgestanden, den letzten Tag bin ich ja so um 11 Uhr oder so, heute bin ich schon abend rein aufgestanden, weil heute ist eigentlich auch das Wetter, gar nicht mehr so scheiße, das heißt, eventuell, geiles Licht, geil, geil, hm, also, werden wir heute einfach wieder mal einen Vlog machen, und ich hoffe, es wird alles, und wenn es nichts wird, ist es ein Wurscht, also, erst. So, also, wir sind so super schön mit der Wäsch fertig, haben wir super nice aufgehängt, da sogar mit so Gluppen und so, super nice, und jetzt werden wir sich höchstwahrscheinlich da einen guten Kaffee machen, so, weil ohne Kaffee geht genau gar nix, so, ich frage jetzt dann, was wir als nächstes tun, ich werde mir wahrscheinlich jetzt schon schon, obwohl Ferien sind, und, naja, jetzt kommt's, ich muss mir ein wenig was mal schauen, weil ich Mathe anschauen, weil einfach, die Schule bei dir ist direkt nach der Ferien, und, naja, jetzt gefreut mich heute nicht, dass ich am Schluss es lernen, und ja, drum werden wir das dann machen, aber ich glaube, die Wolken stehen ganz gut, da wird es dann auch mal ein Timelapse wieder geben, so wie im Sommer, wenn das nice ist, aber jetzt wird zuerst einmal ein richtig niceer Kaffee drauf. So, also wir haben jetzt unseren 100 guten Kaffee, so, und jetzt werden wir dann, so, und jetzt werden wir dann, da einmal so eine super behinderte Mathe-Partie reißen, und dann, ja, dann werden wir schauen, ich weiß nicht, wann natürlich, wie kommt, aber hoffentlich bald, und dann werden wir schauen, was wir machen, und, ja, dann wollen wir jetzt einmal das Mathe-Klump-Partie reißen, nachdem sich im letzten Video auch dafür angestimmt hat, dass wir über das kleine Outfit-O-TD machen sollen, mache ich das jetzt einfach wieder einmal, wir haben heute, so, das weiße Stenzer, dann haben wir wieder eine geile H&M-Hose noch, warte einmal, so, da ist eine geile H&M-Hose noch, da immer die weißen Zöcken, dann die neuen Unterhosen, ganz nice, dann immer den geilen Gürtel, und das, das Supreme Fact World Tea, dann bringe ich das drauf, ja, so, und, ja, das ist eigentlich, und jetzt soll ich mir Mathe zeigen, und dann lerne ich wieder um. So, da sind wir jetzt wieder, und, ja, jetzt werden wir wieder einmal eine eile Mathe lernen, es ist jetzt, sieht man das, ja, ich weiß nicht, wie lange ich lerne, drei, vier Stunden oder so, gemütlich, aber, ja, dass man trotzdem etwas weiterbringt, und da müssen wir schauen, weil, durch das, dass wir ganz neu sind, kann sein, dass wir, eine ganze Jahrzeuge machen müssen, das heißt, eventuell gehe ich dann schnell auf eine Shopping Tour, und kaufe gar eine kleine Kleinigkeit, dass wir sich etwas kochen, und, da muss ich mal schauen, wenn der Döwe kommt, ob der das ist, oder nicht, und so, das machen wir jetzt, und bis dahin, so, also, wir sind jetzt fertig mit Leon, ich habe jetzt noch ein bisschen was, ich habe jetzt noch ein bisschen was in Mathe angeschaut, aber, ja, und jetzt werden wir halt schauen, jetzt ist ca. halber 12 Uhr, also, das ist da eigentlich eine Eistel geworden, und, ja, jetzt werden wir dann schauen, was da, wenn der Döwe kommt, und, ja, ich halte euch einfach am Stand, also dann, bis dahin, Servus. So, also, ich bin jetzt da, zusammengepackt, und wir werden jetzt einfach zum Döwe schauen, und, weil, bei dem ist ja sein Handy anscheinend, weil, das, weiß ich nicht, das war schon ziemlich im Arsch, und jetzt kann ich es eben nicht mehr hören, und jetzt habe mir gedacht, ich schaue einfach zu Hause auf, wie es so munter ist, und, wenn er noch nicht, oder wenn er noch nicht daheim ist, dann schauen wir einfach zum Bild weiter, weil ich wollte das sowieso gleich nicht gerissen, und, ja, sonst bleiben wir dann ein Döwe reißen, glaube ich, was mit dem Mann, vielleicht gehen wir dann halt zu mir, und, ja, wir sehen sich, tschau. Und, ja. So, 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 so. Kommen Sie so mal gehen! Hau auf jetzt, schauf ich nur, nicht weg, du musst mir auch kein Schild, Alter, schleicht die jetzt. Hör mal auf, Alter, du musst mich freuen, Alter, deswegen spielen sie da Gewalt spielen. Jetzt machen wir da einen Skateboot-Shoot, fahr mal. Ja, du hast da nie, du hast da nie, du hast da nie, sorry, das tut sie los, nein, tut sie uns eigentlich nix. Der Spree ist seit fünf Jahren tot, es geht drei, so am Ort jetzt, der Dude ist transparent. Ja, ich denk's mir gerade. Ein richtig hartes Krim. Entschuldigung, Herr Rudolf, was machen wir heute noch so? Ja, ich hab gesagt, mein Held, jetzt geht's wieder, jetzt geht's wieder, super, fahr schnell, mach was Heftiges, mach was Heftiges, mach was Heftiges, brauchst du nie. Schlecht wie im Echtenleben, der Typ, schlecht wie im Echtenleben. Das Ding funktioniert der Scheiss nicht, das heißt, dass meine Mutter dann gar nix mehr schreiben kann oder was? Kannst du anführen? Ich darf wieder reingehen heute. Das war ein scheiss Klumper da, ich dachte. Was haben sie gemacht? Ja, das WhatsApp von der ganzen Workerboot gemacht. Hab ich, ja. Ich gehe jetzt rückwärts weg, weil ich der Kamera mal bin und jetzt legt sie mich gleich ab. Was geht's, was machen wir jetzt noch? Ich mache eine Mutter-Links-Fahrerei, muss einen Schoki kaufen beim Spar und Krieg. Einen Krieg auch? Einen Krieg gibt es auch heute, ja. Was hast du gerade, der Krieg? Doppelabschuss, doppelabschuss. Ja, was tun wir nicht von der Mutter zu dem? Also, ja, muss ein Ding kaufen, einen Balenciaga. Okay. Das heißt? Balenciaga Speedtrainer, das kaufen wir. Geil wird's. Da haben wir so ein gutes Fevertree Tonic-Water gekauft und das haben wir wieder gekauft zum Konsumieren. Was du durstigst? Ich habe so ein Fevertree Tonic-Water, weil das ist eine sehr gute Marke, die verwenden nur natürliche Zusatzstoffe. Ein gutes Getränk konsumieren, das ist ein Tonic-Water vom Fevertree haben wir da. Fevertree ist eine sehr gute Marke, die verwenden nur natürliche Stoffe, das haben keine künstlichen Zusatzstoffe drin, da haben wir auch ein Bitterlemmen. Es ist ganz schön, es ist einfach einCS-Water. Baby, also locker ist ein Künstler oder die Tee-Water, das ist ein Lauf der Unter'erwalt. Er hat nicht ordentliche, was macht die Brücke. Das wäre ja nicht immer noch gut, was macht das Künstler und das ist eigentlich des Künstler und das Künstler. Das war ja gut. Der Künstler und die Künstler und das so ein Künstler. Er hat den Künstler für eine Künstler. Das ist ein Meck-Produkte Super, das gibt es da drüben Achso, gut, wei Das ist gut, Herr Rudolf, was machen Sie da? Im Krieg mit dem Scheiss-Handy da, weil das auch ein Traumfiss Ich glaube, ich will das nicht Was möchten Sie da herunterladen? Kriegsimulator 2014 Nein, Snapchat Sag mal der Snapchat Dann enden die 40 Millionen Menschen Ich bin nicht abgemalt, weil ich das gerade heruntergeladen habe Weil das Handy neu ist und der Klang ist Super, so So, und jetzt haben wir da natürlich dieses neue Lens auf den Wald hin Da hinten steht auch Murz was oben Und das wars mit dem heutigen Vlog Das haben wir heute gekauft Der Rudolf und ich gehen jetzt nach Murz ins Latino Flags Flags Always Supreme Der hört nix Supreme Das ist ein Häger Und Das wars Ja was Jetzt kommt noch ein heftiges Auf dem Wald Guck mal mein Ull Gehen wir mein Ull Gehen wir mein Ull so weit zu, das ist cool Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal